Musik Mein Name ist Andreas Rathammer, ich bin Gründer und Produzent von Quinten Records. Quinten Records sponsert als Teil des Stipendiums eine professionelle CD-Produktion. Ihr selbst werdet gemeinsam mit euren Mentoren am Jam den richtigen Zeitpunkt wählen, um vielleicht sogar eure Debüt-CD zu produzieren. Ihr werdet begleitet von einem professionellen Musikproduzenten, Tonmeister aus dem Team von Quinten Records. Die Produktion beinhaltet die Aufnahme, Mischung, Mastering in den Studios von Quinten und natürlich eine professionelle Marketingbegleitung gemeinsam mit einer würdigen CD-Präsentation. Das Album wird im internationalen Vertrieb von Quinten Records erhältlich sein, natürlich auch im ORF-Shop sowie digital, online, als Streaming und als Download. Es wird eure professionelle Visitenkarte, ein Sprungbrett in eure musikalische Zukunft. Das ist eine Möglichkeit, für die Studie zu submitt ihre Musik, die Juden, wie ich, und gewinnen eine fulle Scholarzschule zu der Jam Music Lab, die Universität der Jam Music Lab. Die Erfahrung sagt uns, dass dies eine sehr riche Möglichkeit ist. Over die Jahre, ich habe gehört sehr promising Musiker. In fact, ich finde sie die Zukunft der Jazz und Pop. Vielmehr, ich sehe, dass die Zukunft dieser Musiker in den Klassen von Jam Music Lab, online und aufsite. So, meine sehr, sehr, sehr recommandation zu Ihnen ist, dass Sie Ihre Musik für diese Scholarzschule. Sie müssen Sie über die Juden wie ich. Aber take note, ich responde sehr gut zu gut Musik und gut performance und die reale Sachen. So, go for it.